bäaam mal zu heiß mit diesem Unfall melde ich mich zurück zu Mafia 3 quasi sinnbildlich für mein bisheriges Fahrverhalten und wir sind auf dem Weg zu Jack Junior Holland um ihm einmal richtig unsere Meinung zu sagen aber aber ich sehe gerade mir fehlt so ein bisschen Heels hier gibt es allerdings ein bisschen was aber das ist wieder Fledermausland hier mal gucken vielleicht kommen wir daran ohne hier großartig die Leute aufzusteuchen das war wenigstens so eine Heels Tüte na wird nicht funktionieren wird leider nicht funktionieren Dich du Arschloch nein jetzt kommt auch noch Verstärkung ich fasse es nicht na du genau du nein nein komm schon beweg dich beweg dich ich hoffe der ist nicht mehr durchgekommen ich wollte doch nur die Spritze hier mitnehmen wollte ich doch gar nicht ich wollte nein ich will nur das hier dann bin ich doch schon wieder weg ich will euch doch gar nichts ich will euch doch gar nichts Böses ach man ihr versteht das völlig falsch das war doch alles gar nicht so gemeint ja Verstärkung kommt glaube ich ich muss sie weg oder? ne keine Verstärkung oh ich bin aber irgendwie auch schon da glaube ich also das gehört das jetzt schon dazu oder was? ich glaube ah diese Tankstelle gehört schon mit zu dem Jack Junior Holland Typen mit dazu ok ok das ist jetzt natürlich mal richtig blöd gelaufen das heißt ich muss da sowieso durch mhm ok das habe ich jetzt gar nicht realisiert muss ich sagen dann habe ich sie jetzt also schon alle aufgeschreckt na geil oma hat er ehrlich dafür gibt es da hinten noch ein bisschen Heals aber ich verstehe überhaupt nichts vom Autoknacken Tja Juniors beste Autolibes in der Welt wir müssen alle einspringen willst du so enden wie die? wirklich? ich jedenfalls nicht hey willst du Junior einen Korb geben? nur zu bis dahin halt deine verdammten Augen offen hey verdammt nochmal komm schon ich mache ihnen alle huuuuuh kinders 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 okay die sind aber auch alle schon wieder so ein bisschen aufgescheucht jetzt hier verstehe ich gar nicht ich hab den Schwanz Lutscher hast du nicht zurück an die Arbeit Leute die Ratte ist längst weg mach deinen beschissenen Job und finde ihn echt mal doofkopf in your eye gut okay also wir haben uns wieder einigermaßen gefangen hier hier liegt noch jede Menge Sicherungskram und so überraschung so komm Spezialist bin ich guck an so El Vesto huiuiui nach der Anfangsphase muss ich sagen haben wir das jetzt wieder einigermaßen unter Kontrolle würde ich sagen das läuft das läuft das läuft am Anfang hatte ich echt ein bisschen Panik aber jetzt muss ich sagen alles gut alles cool Jack Junior Holland gut kann kommen gut kann kommen gut kann kommen Schreib mich nicht an. Bin sensibel, du Arschloch. Okay, hier rennen natürlich doch jetzt nochmal so ein paar Jungs rum. Und da hinten ist auch noch einer hinter mir. Komm du mal gerade her zu mir. Ja? Was machst du denn? 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 Seriously, Lincoln. Das gibt's doch nicht. Was ist denn dein scheiß Problem? Was machst du denn? Warum killst du ihn denn nicht einfach? Och man, ehrlich. Das gibt's doch nicht. Ich hatte doch alles unter Kontrolle. Und dann... Ehrlich. Was soll das denn? Du sollst doch nicht mit ihm spielen. Du sollst ihn einfach töten. Jetzt hab ich wieder alle Heels verballert. Für nix. Für nichts. Mann, wie ärgerlich. Scheiße. Er ist weg. Verdammt nochmal. Okay. Wo wollt ihr dann suchen? Ach man, ehrlich. Hallo? Hallo? Ich hoffe jetzt, dass kein Wachposten die Leichen sieht und dann Alarm schlägt. Das wäre super ärgerlich. Ich würde sagen, ha ha, da bin ich nicht mehr. Ich würde sagen, ha ha, da bin ich nicht mehr. So, jetzt wird's dann wieder spaßig. Okay, komm her. Ich versuch's mal. So, Jack Junior Holland mit Mainz. Mainz-Opfer. Boah, das war ganz schön anstrengend. So. Ich würde sagen, wir geben's Vito. Sprinte und schwimme länger und erhole dich schneller. So, hier würde ich jetzt Sprengstoff kriegen. Vor allen Dingen die Granaten kriegen. Boss verschont. Ich konnte ihn ja gar nicht verschonen. Nein, den ersten kriegt jetzt Cassandra einfach herabwohlen. Nein, komm. Burke, wegen der Sprengstoff-Geschichte. Kannst du mir ein paar Jungs aus deiner Crew für Tick vorschicken? Ich kenne genau die richtigen Jungs für diesen Shop. Aber ich erwarte, dass du dich bei unserem nächsten Treffen daran erinnerst. Du hast mir gar nichts zu sagen. Du irrer, irrer. Respektiert meine Autorität. So, das heißt, jetzt müssen wir wieder erst durch die ganzen Gebäude durch, um wieder in dieses Büro zu kommen. Warum bin ich Priester geworden? Alle schrecklichen Erfahrungen und Erlebnisse jedes Trauma. All das ist ja nicht mehr los. Ja, kann man versuchen, sie zu vergessen. Eine Zeit lang, aber wenn es nicht so daherkommt, wenn es noch so klein ist, kommt sofort alles wieder hoch. Es erinnert dich an alles, was du mit dir umschleppst. Ich wusste, dass ich das allein nicht schaffen kann. Okay, 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 gut. Dann, wie gesagt, zurück ins Büro, denn da lag noch ein bisschen Geld rum. Das müssen wir ja noch mitnehmen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder gucken, wie ich da hinkomme. C4 Ladung legen. Halte R1 gedrückt und drücke dann Square. Ladung sprengen, drücke wieder R1. Okay, das Küchen. So, hier hinten war das Büro. Was ist hier? So, hier gab es noch ein bisschen Geld, genau. Da vorne habe ich noch eine Sicherung gesehen, wenn ich nicht alles täusche, da unten. Überlebe ich das? Easy. So, ja, von wegen, gell, das ist es. Gut. Das war die Junior-Tüte. Dann müssen wir jetzt hier erstmal wieder einen Weg rausfinden. Gesagt, getan. Und dann würde ich sagen, rufen wir uns erstmal ein Auto. Und zwar... ...den Lasseter Leopard. Na, du warst auch mal schnell pissen. Alter Schwede. Ich glaube, ich glaube, ich habe jetzt so eine kleine Pfütze unterm Sitz. Das ist eine große Hilfe. Da, von diesem Tank. Da habe ich vorhin runtergefallen. Gut, okay. Also, ich könnte jetzt zu Donovan. Ich kann aber auch erstmal gucken, dass ich gleich meine Kickbacks gesammelt kriege. Als allererstes. Und dann können wir vielleicht so ein paar Zusatzkapiteln nochmal machen. Truck stehlen. Achso, ich muss Vito erst noch einen Bezirk zuweisen. Ah, okay. Ja, gut. Ich habe dem bislang Geschäfte zugewiesen, aber keine Bezirke. Das heißt, ich würde doch erstmal mit der Hauptstory weitermachen. Okay, also können wir auch nach Donovan fahren. Aber erstmal Kickbacks sammeln und Geld loswerden. Ja, parkt doch noch weiter weg. Muss ich echt 10 Meter laufen für dich? Jawohl. So, alles klar. Alles klar. James. Vito Scaletta hat kein Geld mehr. Und er hat kein Geld mehr. Ja, das geht doch. Wunderbar, wunderbar. Dann ab nach Donovan. Jetzt gleich. Gleich geht es noch da nur um. Immer herein in die gute Stube. Okay. Dir klau ich kein Geld, weil du so nett zu mir bist. Dir klau ich nur deinen Waffenschrank. Das wird ja wohl erlaubt sein. Ich glaube, ich brauche diese Weste dringender als du. So, ich klau dir doch Geld. Ich habe es mir anders überlegt. Und ich bräuchte ja immer noch so ein bisschen Heels. Aber man kann nicht alles haben. So, hier soll es auch noch mal was geben. Okay. Ich bin weg. Gut, dann sind wir jetzt unterwegs zu Donovan und dann hören wir mal, was uns der alte Spinner wieder zu sagen hat. Total unauffällig. Naja, diesmal muss ich echt hier hin. Ich krieg' ein Signal von dem Gerät, das du an Frank Paganis Wagen angebracht hast. Er ist also wieder in der Stadt. Und bestimmt ganz wild darauf, deine Bekanntschaft zu machen. Da würde ich drauf wetten. Das Signal ist stabil, den Rest schaffst du allein. Benutz den Tracker, den ich dir gegeben hab. Bis später. Okay. Okay. Wir tracken uns einen Pagani. Aua. So, wie funktioniert das jetzt hier? Okay, wir nähern uns. Na, kommt schon. Suchen wir's mal hier. Doch, nicht alle beide. Scheiße, ich glaube was. Immer schön einer nach dem anderen. Ich hab genug für euch alle. So, bist nicht so getischt. Mach dir jetzt ab. Ach, das klappt ja schon wieder super. Ach, Mann, ey. Hier, nice. Das war ein cooler Move, auf jeden Fall. Okay, keiner hat was mitgekriegt. Aber alles gut. Ich hab' da. Boah, da wuselt's aber ganz ordentlich drin rum. Nächste. Nächste. Komm schon. Na, fuck. Jetzt kommt er hier an. Ach, der kommt hier gar nicht durch. Ach, der kommt hier gar nicht durch. Ist das wirklich das Auto, mit dem ich hier hingekommen bin? Das ist alles seine Schuld. Er steckt mit seinem Kopf dermaßen tief im eigenen Arsch. Mr. Pagani, so dürfen Sie aber nicht über Mr. Markano reden. Hör mal zu, Junge. Mein Vater hat 20 Jahre lang da hinausgeworfen. Nein, komm schon. Nein, du Trottel. Na. Na, komm schon. Ach, Mann, ich hasse Verfolgungsjagden. Ich hasse sie. Mann. Das mache ich schon. Konzentrier dich darauf, den Arsch abzuknallen. Ja, das dauert jetzt, glaube ich, bis wir den wiedersehen. Na, da ist er schon. Na, fährst du bitte an die Seite? Na, na, komm schon. Puh, okay. Ich habe dir doch nichts getan, aber ich habe sehr interessante Sachen gesehen. Eine Menge Blüten und eine Presse. Mir fehlt nur noch die Verbindung zu Kuba. Bitte. Ich habe innere Blutung. Ich brauche einen Doktor. Ich habe eine Frau und drei kleine Töchter. Du willst einen Doktor? Dann erzähl mir jetzt lieber, was ich hören will. Also, das ganze Zeug dann. Cell hat das alles geplant. Aber die Blüten haben nichts getaugt. Ich sollte noch einen Mann ins Boot holen. Einen gewissen Alvarez. Ein Fischer arbeitet für Castro. Dann hat er dir auch die Platten gegeben. Platten? Ich dachte, das weißt du, wegen dem Raubüberfall. Der Raubüberfall? Makano wollte die Druckplatten der Bank. Ja. Wo steckt dieser Alvarez? Ich... Wo? Alle von Tommys Leuten nahm ihn mit, 10, 15 Minuten bevor du aufgetaucht bist. Wo ist er mit ihm hin, Mann? Wo? Meine Töchter. Nein. Nein. Fuck! Ich habe 48 Jahre damit zugebracht, Lincoln Clay zu verfolgen, weil er ein Krimineller ist. Furchtbar, was ihm passiert ist, aber... Wissen Sie was? Ich denke, dass... Als er Sammy, Alice und Danny Burke tötete... Da wurde klar, was Lincoln wirklich war. Ein Monster. So, so. Alles klar. Dann an dieser Stelle, weil hier gerade das Spiel so schön lädt. Okay, es kommt doch noch eine Zwischensequenz. Sonst hätte ich jetzt Schluss gemacht, aber das gucken wir uns jetzt gerade noch an. Sieh an. Schätze, jetzt gibt's kein Zurück mehr, was? Das hier ist unser erster Schritt, auf dem Weg, Makano zu brechen und die Stadt zu übernehmen. Ich höre mir an, was ihr zu sagen habt, aber ich entscheide, wer was bekommt und diese Entscheidung steht dann. Ja, schon klar. Aber vergiss nicht, dass meine Jungs für dich gefeiert haben. Und sie schmeißen den Laden, als wäre er schon ihrer. Und er sollte es auch bleiben. Ich habe auch Leute in der Gegend und ich habe das Gefühl, du willst uns im Dunkeln halten. Wenn wir mit dem Schwanzvergleich fertig sind, wäre ich bereit, diesen Teil der Stadt zu übernehmen. So, du hast die Geschäfte in diesem Bezirk schon verteilt, aber nun musst du den Bezirk selber einem deiner Unterbosse zuweisen. Der Unterboss, dem du den Bezirk überlässt, bekommt auch automatisch die Kontrolle über die Gesch... Ach so, okay. Wofür muss ich dann vorher die Geschäfte verteilen? Das ist ja vollkommen sinnlos. Und da würde ich jetzt Vito ja quasi mal richtig übers Ohr hauen. Im Prinzip, wenn ich jetzt den ganzen Bezirk Cassandra geben würde, die noch nicht eingeschäft hat, dann wären die anderen beiden, glaube ich, richtig pissig. So, wenn du einem Unterboss ein Bezirk überlässt, schaltet das nicht nur mehr Gefallen und einen höheren Kickback frei. Es steigert auch dessen Loyalität dir gegenüber. Deine Unterbosse können es dir übel nehmen, wenn sie keine Bezirke zugewiesen bekommen, was später unangenehme Konsequenzen haben könnte. Aber wenn du wirklich das Maximum aus einem einzelnen Unterboss rausholen willst, musst du schwere Entscheidungen treffen. Du musst das von allen Seiten betrachten. So, okay. So, der nächste Anruf bei Vitos verbindet und geht aufs Haus. Bessere Ausdauer und Erholung für Vito. Und dafür natürlich auch ein bisschen mehr Kohle. Cassandra, keine Veränderung. Burke würde mit der Kohle ordentlich runtergehen. Und ich würde das Sprengstofflager verlieren. Oder er würde das Sprengstofflager verlieren. Du musst mir zeigen, dass es dir ernst ist mit unserer Zusammenarbeit. Bei Cassandra hätte ich eigentlich nur Schwierigkeiten. Ich würde den Insider verlieren bei Vito, was richtig ärgerlich wäre. Und Sprengstofflager bei Burke. Das heißt, diese ganze C4-Geschichte würde ich nicht mehr kriegen. Könnte allerdings mehr Munition tragen. Wie sieht's aus? Lass mich hier nicht im Regen stehen. So, bei Burke würde ich auch Vito verlieren. Was die Insider-Sachen angeht. Ich muss es Vito geben. Gib mir die Schlüssel zum Königreich. Verliere ich zwar das Sprengstofflager bei Burke. Und ich verliere bei Burke auch jede Menge Geld. Ist auch blöd, ne. Ich kriege 40.000 bei Vito drauf. Und verliere 62.000 bei Burke. Du und ich, wir haben eine Abmachung, oder? Na gut, aber alles in allem... Es muss Vito sein. Der hier geht an Skeletter. Wird auch langsam Zeit. Ich wusste ja immer, dass du was in der Birne hast. Wenn du beim Reinkommen schon deine Entscheidungen getroffen hast, dann sag ich doch einfach verflucht. Und hör auf, meine Zeit zu verplempern. Ihr könnt auf den nächsten Bezirk warten. Denn den hier krieg verdammt nochmal ich. Das war's für jetzt. Ich lass von mir hören, wenn ich was brauch. Okay, ich glaub, das wird noch richtig Stress geben. Ich glaube, irgendwann werde ich einen von den Unterbossen gegen mich haben. Und ich tippe mal drauf, dass es Cassandra sein wird. Hör zu, ich hab dir ein paar Namen genannt und zahl dich dafür, dass du sie findest. Also erzähl keine Scheiße. Ja, okay. Mach's einfach. Mann, 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 wenn man nicht alles selber macht, dann... Alles in Ordnung? In dieser Nacht. Sammy war so erleichtert. So hatte ich ihn noch nie gesehen. Durch das Geld dachte er, dass wir alle von Makano unabhängig werden. Dieser Weck! Was zur Hölle hat Frank dir gesagt? Makano hat uns die Bank ausräumen lassen, um an die Geldplatten zu kommen. Georgie musste sich während des Überfalls geschnappt haben. Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Darüber haben wir doch schon geredet. Das ist alles nicht deine Scheiße. Doch, genau das ist es. Cassandra ist wie ein Geschwür, ein Assgeier. Er hatte immer vor, euch alle reinzulegen. Schon vergessen, was er mit Vito gemacht hat? Er hat deine Familie ermordet. Das können wir nur wieder gut machen, indem wir jeden umbringen, der diesen Haufen Scheiße auch nur angesehen hat. Brauch ich jetzt einen Schluck Bourbon. Pagani behauptet, Makano konnte das Geld nicht selbst drucken. Tom hat einen kubanischen Fälscher namens Alvarez engagiert. Was wissen wir über Sought Downs? Tommy Makano ist keiner von denen, die scheißen, wo sie essen. Drum weiß man nicht viel über seine Geschäfte. Er betreibt ein Wettbüro und hat ein Lager für seine Schmuggelware. Tommy weiß sicher, dass ich hinter Alvarez her bin, deshalb versteckt er ihn wahrscheinlich an einem dieser Orte. So oder so, ich schnapp ihn mir. Ich werde dafür sorgen, dass Makano nicht einen einzigen Dollar mit diesen Platten drucken kann. Okay, a man with a plan and a bourbon. Mafia Arts 3 habe ich da hinzugewonnen. Und eine Unterhaltung habe ich freigeschaltet mit Vater James. Okay, und ein neues Fahrzeug habe ich. Und ich habe einen Verbündeten verloren. Warum das jetzt in grün dasteht, weiß ich natürlich auch nicht. Gefallen verlieren. Wenn du einem deiner Unterbosse, weil grün Berg ist natürlich, wenn du einem deiner Unterbosse ein Bezirk zuweist, übernimmt er die Kontrolle über die dortigen Geschäfte, wenn sie bisher einem anderen Boss zugewiesen waren. Und die seid ihr bislang Gefälligkeiten wie Dienste und Verbesserungen. Irgendwas. So, Pagani hat dir alles über seinen alten Capro Tommy Makano verraten, was er wusste. Nun ist es an der Zeit, dir deinen Weg durch South Downs zu bahnen und den Wichser persönlich zu stellen. Tommy Makano. Den jüngsten Makano zuerst aus dem Weg zu räumen und mit bestimmten Schockwellen durch South Verbrecher Imperium schicken und vielleicht dafür sorgen, dass Makanos Gefolgschaft ihre treue Schwur zu South überdenkt. Also, viel passiert jetzt. Story-Auftrag, Glücksspiel freigeschaltet. Schwarzmarkt-Story-Auftrag. Okay, also es ist jetzt eine Menge wieder passiert hier. Jede Menge Story-Kapitel. Und ich kann jetzt auch wieder den nächsten Gefallen für Vito machen. Das heißt, ich kann Zusatz-Kapitel mäßig weitermachen. Und kann zu Vater James. Gut, aber jetzt soll es das erstmal gewesen sein. Ja, alles klar. Danke fürs Zuschauen. Das war es erstmal mit Mafia 3. Im nächsten Teil geht es weiter. Und wir sehen uns dann. Ciao.